Musik Ja, aber wir sagen jetzt erstmal hier weiter. Zum Forschungszentrum. Juhu... Ich würde jetzt schuhchuhuunin, oder keine Ahnung... Das ist gut, was er da da? Obwohl er da ziemlich schnell davon ist. Ich glaub, das war's auch schon fast, wie gesagt, ehrlich. Wenn ich das so krass schon... fast zu... fast zu weh, oder? Gedeck, gedeck. So, äh, dann haben wir noch. Dann haben wir noch. Eilen Slash! Sind wir jetzt bei Reef of the Water? Scheint, Sudano dahin ist geflohen. Schön an der Reihe stehen und sterben. Dankeschön. Dankeschön. Und was ist der nächste? Das ist der nächste Kote Natsulu. Yay! So good. Und du luchst mitzvital? Das ist der nächste Kote Natsulu. Die Stänze sind schon perfekt hin für den Strahl. Tschüss. Julia. Ey, das ist Julia, genau. Ah, cool, Julia. Das müsste Julia sein oder ein Lydia. Es gibt ja beide Julia und Lydia. Der Unterschied ist ganz einfach, die jene Mutter, die jene Tochter. Äh, was ist die Brille? Nee. Nee. Ah, nichts, was großartig ist, aber mein Angriff stärkt. Ah, schade. Schade, 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 schade. Hätte wohl schon sein können. Ja, ich bin. Ja, ich bin wieder zurückgekehrt. Dann, ich bin wieder zurückgekehrt. Woher kommen Sie? Das ist mir, was ich. Das ist mir, was ich. Das ist mir, was ich. Ich bin wieder zurückgekehrt. Ich weiß nicht, dass es ein Glück ist, dass ich damals mein Vater sagte. Mein Vater... Na, gehen wir. Ja. Schau bis zum Kursach. Darf denken Sie mal, wir uns wieder fehlen, oder? Ja, die Reihe haben wir komplett. Devil Gene. Hier, ich bin mit zufrieden uns noch. Ja, hier, ich bin mit zufrieden uns noch. Uuuuh. Ja, wir sind ehrlich, dass du die alten Spiele, wer kennt das noch von euch nicht. Tekken 4, Subquartier. So. Aber ich bin mit deiner Meinung, das war es erstmal auch erstmal für den heutigen, ja, für die heutige Aufnahme danach erstmal, dann würde ich erstmal schneiden und dann, ja. 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 いて說得有用力量 distint何時候珞? Wieso wird er zergeruht? Ja. Das ist sogar ein Weißer. Weiß sogar. Okay, der hat ein Maschinengewehr gehabt und der ist ein Minigunfall. Ist sehr sauber, oder? Fändet ihr das nicht? So ungefähr? Oh, da vorne sind wir. So gut, das war es schon mal mit denen erstmal. Döööööööööööööööööööö. Wir haben schon deine... ...Gefährtin schon. Wir sind... Hör doch zu blocken. Hör doch zu blocken. Hör doch einfach zu blocken, okay? Hör doch einfach auf. Der blockt immer wieder. So, geschafft. Na gut, ich würde noch weitermachen. Ich würde noch weitermachen. Ich würde noch weitermachen. Ich würde noch weitermachen. Ich würde damit auch verletzen. Äh, doch nicht. Erstmal noch weiter. So. das schlüssel zum sieg welchen weg gegangen sind erst mal hier drin haben uns ganz schön freiheit fortgelegt wie gesagt auf jeden Fall wir schaffen wie gesagt der Part oder die Parts haben euch gefallen ich würde mich gerne auf die Daumen nach oben freuen ihr könnt gerne ein Abo da lassen würde ich mich gerne darüber freuen bis zum nächsten Mal bei Technik 6 und bei den zwei nächsten Teilen bei heute erstmal Ruhe und ja bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen